hallo ihr lieben heute mache ich wieder mal mit euch was tolles fürs grillen es ist so mayonaise und zwar wir lieben ja mayonaise in sämtlichen variationen es passt irgendwie zum grillfleisch es passt aber auch zu potato wedges mayonaise passt irgendwie fast überall dazu und curry mayonaise möchte ich euch jetzt zeigen wie einfach ihr die machen könnt. emulgieren ist eben so eine stärke vom thermomix muss ich jetzt einfach mal zum ersten sagen es ist eine coole möglichkeit super einfach emulgieren ist im endeffekt nur dass man dafür sorgt dass fette und flüssigkeiten miteinander verbunden werden und genau ich habe da noch ein bisschen joghurt mit zugenommen das macht das ganze noch ein bisschen frischer und jetzt nehme ich euch mit auf diese curry mayonaise reise und die genauen zutaten findet sie unten in der video beschreibung so ihr könnt euch auf jeden fall das öl schon mal ab messen also stürzt euch am besten eben eine schnabeltasse oder ein messbecher irgendwas wo ihr nachher super toll heraus leeren könnt stürzt euch bitte auf dem deckel vom thermomix drauf und genau füllt euch die da rein das erleichtert euch noch einiges und dann starten wir und es ist überhaupt keine hexerei bleibt dabei so in den mixtopf kommen die zwei eingelbe dann der essig dazu das senf ihr habt jetzt einen estragon senf ihr könnt es auch ein bisschen einen schärferen oder einen milderen verwenden also nur keinen süßen bitte also das würde jetzt da nicht rein passen aber sonst wie ihr wollt dann auch gleich die gewürze dazu das yoghurt heben wir uns noch auf so ihr seht jetzt ihr habt da so löcher gell also das ist jetzt einfach ich nehme den deckel her weil sie sich bei dem toll anbietet ihr verwendet es bitte euren originalen deckel und gebt jetzt dann während man also so wie ich das bei dem deckel macht macht ihr das bei dem leert es einfach genau da in diese mulde also der hat ja da mulde leert sich das öl einfach so langsam rein und durch das träufelt es durch diese schlitze die es da auf der seite gibt ihr könnt es ein bisschen feiner drauflegen der hat auf der seite eine schlitze und durch das da rinnt das öl langsam durch und träufelt aufs messer während unten das messer rührt und somit ist es quasi dieser effekt den man ja sonst erzeugt dass man mit dem mixer das ganze schlägt und dann das öl langsam in einem dünnen strahl zugibt damit eben das ganze zeit hat sich zu verbinden also nicht das ganze öl auf einmal rein dann habt ihr kein schönes ergebnis das sage ich gleich genau also entweder so wie ich das jetzt mache bei eurem deckel halt also da in die mulde rein leeren ihr könnt es aber auch einfach da den deckel runter geben und natürlich langsam das öl da rein träufeln es wird euch halt einfach ein bisschen was entgegenspritzen könnt es ich würde euch meine variante empfehlen oder die vorwerk variante also das ist eigentlich so allbekannte möglichkeit wird in jedem rezept so vorgeschlagen genau wie stehen uns da jetzt einmal ein eine minute 40 oder 50 das ist jetzt also ob der zehn sekunden länger eine minute 50 und zwar auf stufe drei und während das ganze da rührt wie gesagt langsam das öl zu geben lasst es mal kurz miteinander verrühren und dann das ist echt cool muss ich schon sagen es träufelt so aufs messer runter und ja so hat man im prinzip eine super einfache möglichkeit mayonaise zu machen und zwar sämtliche mayonaise also kriegt bestimmt nur welche von mir weil es gibt so köstliche varianten die möchte ich natürlich nicht vor enthalten so ich stelle mir jetzt einfach nur drei sekunden ein und auf stufe drei ein ohne zeit und das einfach so wirklich bis das ganze öl da rein geflossen ist es geht mal schneller und mal weniger schnell damit wir da nichts verschwenden so dann habe ich jetzt schaut das schon mal super köstlich aus aber ihr seht sie ist bewusst etwas fester gewählt man könnte sie also koste ich die natürliche zeitlein einfach lecker mayo käse curry voll gut also ihr könnt es so lassen aber ich persönlich finde mit joghurt mit griechischem joghurt in dem fall habe ich aber natürlich das fette joghurt genommen also mit zehn prozent ich glaube da brauche ich jetzt nicht mehr mit fett arbeiten mayonaise ist mayonaise und soll mayonaise bleiben und jetzt wird das ganze einfach nur für 20 sekunden für 20 sekunden auf stufe drei miteinander vermischt so und fertig ist unsere leichte curry mayonaise also sie ist nicht wirklich leicht aber sie ist einfach einfach gut mit diesem joghurt drinnen tatsächlich das dann nochmals ein bisschen mischen damit wirklich der curry schön gleichmäßig verteilt ist das ist oft ein bisschen schwierig wenn man was am rand pickt und das ja doch ein bisschen eine kleinere menge ist und bei kleineren mengen tut er sich manchmal schwer dass er das einfach auch so in die mitte bringt und dafür helfen wir ihm dem thermomix so und dann füllen wir uns die da um die ist einfach super köstlich und die müsst ihr unbedingt ausprobieren und jetzt zum beispiel einfach nur ein paar kartoffelspalten am abend zu gert auch für die kinder einfach ein paar kartoffelspalten richten die schön würzen ab in den ofen und dann mit so einer mayonaise dazu sie ist selbst gemacht sie schmeckt wirklich ganz ganz anders wie gekauft also probiert sie es unbedingt aus es ist wirklich ein drinnen also es ist wirklich das drinnen was in der mayonaise rein gehört und sonst nichts und ein paar feine geschmäcker damit es einfach nicht standard 0815 ist probiert sie es aus sagt es mir voll gerne was ihr davon haltet vielleicht schreibt es mir gerne in die kommentare rein welche es piepst mein ofen einen moment so wo waren wir genau schreibt es mir auch gerne unten in die kommentare eure varianten vielleicht habt ihr schon irgendwie was anderes ausprobiert ich bin immer offen für alles auch mal wieder mir tipps von euch zu holen das ist auch oft spannend für mich was ihr so probiert und bei mayonaise glaube ich ist ja wirklich also da gibt es ja so viele möglichkeiten und das ist jetzt einmal eine die ich euch gezeigt habe und ich hoffe ihr habt noch lust auf mehr denn es wird noch was kommen und ich wünsche euch jetzt ganz viel freude macht es noch probiert es aus lasst es euch schmecken und wenn euch das video gefallen hat schaut es auch gerne mal in meine playlist so klickt euch ein bisschen durch zum thema grillen oder auch so soßen und tipps ja ich hoffe wir sehen uns ganz bald wieder ciao ciao ciao